hallo und willkommen auf einem kanal und zu einem neuen video ja heute wieder noch mal am windenbach auf donkaulbarsch ja unglaubliches ist passiert ich habe dieses dumme drecksvieh als trophäe bekommen ich wollte gerade schon einpacken war sechs uhr morgens oder so und ja auf jeden fall habe ich den jetzt erledigt junge 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 ich glaube zwei jahre oder länger hat es gedauert keine ahnung können auch zweieinhalb oder drei jahre gewesen ich weiß nicht wir gucken mal eben im cash rein wenn man sieht acht minuten und hier auch also hier habe ich schon gedacht junge willst du mich verarschen da 155 4 125 100 da und dann titel ich denke wollte mich doch verarschen naja ich bin auf jeden fall ziemlich glücklich und war eine gute nacht ich hatte heute morgen schon mal geangelt ein bisschen ihr seht es hat sich ja quasi schon angekündigt innerhalb 25 minuten 108 25 155 100 und trophäe herr trophäe junge junge hätte das gedacht ich nicht also wenn ich schaffe schaffen so andere hier ja ist ein bekannter spot der clip sind zehn meter zehn meter hier neben dem boot bei 118 124 zehn meter und ich hatte gesehen einer am vk hatte nasa und kevlar für darauf habe ich auch probiert geht bei mir nix und ja taubum habe ich drauf ging auch kein don drauf ganz klassisch auf mistwurm zehn meter wie gesagt hier oben bei h4 endlich ist mein shop einfach habe ich die ganze zeit drauf hier grünes geflochtenes 6,8 kilo grünes blei 20 jahren habe ich mal wieder genommen und alle drei auf mistwurm letzten endes ja kann man nicht meckern und da ich noch einen gutschein habe für das ding an die wand zu zimmern werde ich das jetzt gleich auch machen den habe ich mal auf jeden fall extra aufbewahrt was will man sonst machen und ich sag mal so ja der don ist mehr vertreten hier am windbar beißt öfters ist richtig aber den ebenso leicht zu kriegen als trophy ist es eben nicht auch wenn es angehoben wurde also früher war es auf jeden fall schwieriger aber lasst euch da nichts einreden weder macht es klick oder eben nicht jahrelang so ist es wir gucken jetzt mal ein fischmarkt rein waren ja noch andere gute fische dabei der spot an für sich ist überhaupt sehr gut hier taubarsche güstern aber zu einer hase gute bachste die kam auf taugürmer muscheln nasen ja so die ganze palette gründlinge steinschild zobe also die ganze bandbreite bandbreite vom windenbach ist hier wieder vertreten und ja ich hoffe mal zum fischmarkt wir gucken mal was das ding so wert ist kann nicht viel sein aber gucken trotzdem mal rein bis gleich so gucken wir mal eben haben wir insgesamt 400 silber 62 fische also wie gesagt der windenbach ist auf jeden fall ziemlich gut gut nehmen wir die trophäe aus 115 silber also ist auch für anfänger die können ja auch gut geld verdienen auf jeden fall machen mal noch preis natürlich die ganz ganz oben die sind ja auch angehoben worden im preis allgemein lässt sich auf jeden fall als anfänger schön geld verdienen hier kann man nicht meckern ja und ich wünsche allen viel glück dabei auch den don zu bekommen ich habe zwar gesagt ich angele nie wieder auf don wenn ich ihn habe aber natürlich für youtube oder für euch wenn sich ein spot auftut werde ich natürlich trotzdem wieder da sein und berichten aber gehen natürlich mittlerweile dann jetzt viel entspannter an die sache ran kann man verstehen ja ich schaue immer aufs brett drauf und dann sehen wir uns in der nächsten folge petri high wünsche ich euch haut den auch aus den eulen dreckstern ich bin glücklich dass ich habe macht's gut und tschüss